so zurück wir sind träger der glut ich bin und wir suchen jetzt nach leuten die uns ja beim endbosskampf unterstützen weil ohne die sehe ich da sehr sehr dunkel und ich werde es nicht mit dem ein machen ich hole mir dann mindestens noch einen zusätzlichen alles andere ist mir zu gefährlich auch die röster nicht schlecht ohne ein finster geist muss das jetzt sein ganz ungünstigen zeitpunkt ganz ungünstigen zeitpunkt die frage ist weiß der wo wir sind ja er weiß da ist natürlich wieder niemanden zum beschwören teilt er sich auch noch so gar kein problem warte mal hier scheiße hier meiner leute ich bin kurz vorm herz kasper aber das ist auch gut hoffentlich taugt der was der da jetzt kommt killer der muss doch super sein mit dem namen der weg ist so ziemlich geebnet schwarz gelb weiß können jetzt zum endgegner um jeden preis fiebert mit es wird ein fest hoffentlich gibt er uns nicht den rest er scheint was zu taugt so liebe leute so liebe leute are you ready nebendurch quer nebendurch quer schwarz gelb schwarz 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 Wow, der scheint ja kein Leben zu haben. Fuck you! 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 What? Fuck you! Fuck you! Nein! I love you! I love you! I love you! I love you! Geh! Alter, wollt ihr mich verarschen? Nein, der hat nichts mehr zum Heilen. Ich habe auch bald nichts mehr zum Heilen. Was passiert mit mir? Ich mache meinen Arschleck. Ich habe meine Arschleck. Ich habe meine Arschleck. Ich habe meine Arschleck. Ich habe meine Arschleck. Das stärken wir doch mal. Wie wäre es denn mit dem Uchi Katana? Ja. Und das denke ich bestimmt. Was könnte das denn machen? Feuer ist eigentlich, glaube ich, nicht schön. Wunderbar. Wunderbar. Nein, nein, nein. Nein, 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 liebe Leute. Das ist ... Das ist ... Ich dachte am Anfang, ja. Das ist so ein Endgegner. Den kann man schon mal machen. Den kriegt man auch bestimmt alleine ganz gut hin. Man muss nur den lernen. Und dann reißt er dir von vorne bis hinten das Arschloch auf. Habt ihr nicht verstanden, was da passiert ist? Schön Heimkehrknochen benutzt, ne? Hoffentlich werde ich da hingerufen. Um auch den Endgegner zu machen. Der Weg ist ja super easy. Da kommen wir ruckzuck hin. Aber den ... den ... den ... den ... den ... Ne? Ne. Denkt man sich doch, what the fuck is happening? So, hallo! Wo willst du hin? Ich hätte ein cooles Schwert. Will das auch. Oh ne, du willst auch dahin. Willst du dahin? Ich würde da nicht hin wollen. Er hat diese coole Rüstung. Will ich auch. Der hat auch keinen Bock mehr. Bin ich zufrieden mit dem Schadensoutput. Von meinem Uchigatana. Ach! Wie viel Schaden macht denn denn? 140, 140 Feuerschöne. Ich glaub's ja wohl nicht. Habt ihr das gesehen? Ich glaub's ja wohl nicht. Habt ihr das gesehen? Okay. 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 Das brennt mir noch nicht genug das Schwert. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, wir werden nur noch dem helfen Und dann werden wir auch Schluss machen für heute Zack Aber das macht schon ordentlich Schaden Ich hoffe ja, für die Hunde taugt dieses Rende Uchikatana Ein bisschen mehr Wo willst du hin? Ich bin kein Zeug Wann die fight oder wir gehen? Ich wollte beide Wann du? 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 Hat er den besiegt? Ach, der hat den besiegt. Da hinten kommen wir nicht lang. Gut, wenn du meinst, dass wir da hinten hin wollen. Wollte das jetzt nochmal mit Anlauf probieren. Na, ich kann ja einfach gehen. Okay, ich in meine Welt zurück. Und er kann an das Feuer gehen. Aber dafür hätte man sicher keine Hilfe gebraucht. Muss ich ehrlich sagen. So. Was machen wir denn jetzt noch? Ich gucke auf die Zeit immer mit einem kritischen und leicht sarkastischen Auge. Ich warte jetzt hier noch kurz, ob mir jemand helfen kann. Weil in dem Fall würde ich den nochmal versuchen. Wir müssen da lochen da einfach noch ein. Einer ist einer zu wenig. Mann, ich will den rufen. Ich will den rufen. Ich will den rufen. Nun gut, dann machen wir das anders. Dann werden wir uns da jetzt hochkämpfen und gucken, ob vielleicht vor dem Boss Leute sind, die diesen Boss legen können. Beziehungsweise ich werde meine Hilfe ebenfalls anbieten bei diesem Boss. Kraut und Rüben hier! Kraut und Rüben. Fjotre. Und vielleicht kriegen wir hier genügend Leute zusammen. Sieht so aus, als könnte sie was. Kacke Mann. Ich würde behaupten, das hat geklappt. Fjotre. Verneige mich in deine Brüste. Hä? Hier! Neh mich! Neh mich! Oh. Ihr seid alle Schall und Rauch. Ihr seid alle unwichtig. Nur ich bin wichtig. Ich bin der Träger der Glut. Ich hab noch fünf Minuten. Phantom von Bill gerufen. Ist der von Bill? Darf ich noch einen? So aus, als war das alles. Kann ich nur wieder zwei rufen? Ihr macht das schon. Gut, Leute. Schnallt euch an. Holt das Popcorn raus. Noch einmal werden wir es versuchen. Also haltet euch fest. So, kloppet ihm zu Brei. Dann. Linkt in our... Linkt in. Okay, man, I'll halt. I'll take it. It's behind the lights. Woah! Woa! Fick dich. Alter. Alter, was soll denn das? Ich finde es vor allem gut, dass ich meinen eigenen Stream buffert ins Unendliche. Und ich gucken kann. Aber liebe Leute, wir müssen auch aufhören. So schlecht hat es gar nicht gepasst. Das soll es nämlich gewesen sein. Für heute. Vielleicht gibt es noch einen sehr, 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 sehr späten Nachtstream. Mal gucken. Den müssen wir dieses Wochenende auf jeden Fall noch legen. Den und noch einen. Den ich schon im Auge auch habe. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sind gestorben. Mann. Ich würde zwei mal diesen Zwiebelkopf haben wollen. Der wäre cool gewesen. Und wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht. Das war es von mir. Das war es von Dark Souls 3. Wir sind weitergekommen. Wenigstens ein paar hundert Meter haben wir uns vorangekämpft. Und man sieht sich. Bis dahin. Und...